Das Telefonmodul für OnOffice Enterprise ist der erste Schritt in Richtung Automatisierung des Büroalltags. Man möchte natürlich alle Aktivitäten in der Immobilie und auch in der Interesshistorie wiederfinden können. Bei E-Mails und Terminen ist das ganz einfach. Diese werden automatisch zugeordnet. Bei Gesprächsnotizen ist das ohne Telefonmodul nicht der Fall. Diese müssten dann mühselig händisch nachgetragen werden. Durch die Verknüpfung von Telefonanlagen mit Ihrer Software können Sie dann in einem Adressdatensatz mit einem Mausklick einfach die Telefonnummer anklicken und es startet ein ausgehendes Gespräch. Mit dem Telefonmodul von OnOffice Enterprise können Sie also alle Gespräche mit Kunden und Kooperationspartnern automatisch erfassen. Und Sie sind auch immer im Bilde, was haben meine Mitarbeiter oder Kollegen heute, gestern oder in der letzten Woche besprochen. OnOffice Partner der Makler .